Guten Morgen und willkommen im 3. Dezember. Ich will immer sagen 3. Advent, ist es nicht, ist es nicht. Lerne ich spätestens am 17. Advent. Heute nehmen uns Claudio und Sonja von Pegasoreise mit auf eine Reise. Ich kann nicht sagen, wohin, ich habe es noch nicht angeguckt. Ich werde wohl tatsächlich älter. Früher konnte ich Geschenke und alles Mögliche überhaupt nicht liegen lassen. Ich habe es alles sofort ausgepackt. Und jetzt warte ich. Es ist jetzt kurz vor Mitternacht, am 2.12., wenn ich das hier aufnehme, damit auch die ganz Frühaufsteher gleich schon was haben. Aber ich werde mir das Video auch erst morgen früh angucken. Ich freue mich total, dass die beiden mitmachen. Claudio und Sonja, tausend Dank. Es ist so toll. Ihr seid einfach großartige Leute. Und quasi das Zentrum dieser Motorradfernreisenden Welt oder dieses Universums, weil sich alles da im Podcast trifft. Es ist echt so ein Zentrum. Es ist total cool. Und ich freue mich sehr auf euer Video. Habt einen schönen Tag, ihr alle. Ich versuche immer noch dahin zu gucken und nicht dahin. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüss. 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 Tschüss.